auf der seite das geht aber oben ist das nicht ein bisschen zu dick 313 folge ist mein kraft ist dafür sechs mit unseren sternen singen wollen unseren dach weiter und holen jetzt wieder neta steine aber erst bevor wir das tun geben wir mal die neue brücke bevor wir das tun geben wir hier mal jetzt die kapelle ist ja immer die stufen wieder weg war oder um die halben das tauch über den stufen sind es ist kein kaufbecken das ist bei wasser weil was genau das meinte ich doch mir ist gerade noch nicht eingefahren ja ja hier sind lichter so besser ich habe ich muss es dir selber mal anschauen bis halb eins ging das hätte ich wohl doch noch etwas länger bleiben sollen aber gut ich musste dann halt weg ist das finde ich lustig ja wohl nicht das letzte mal gewesen sein und die gruppe an sich kommen es kommen wieder feiertage so glaube ich besser und massiver aus aber fehlt noch eine halt die krippe an sich ist jetzt noch nicht ja 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 wieso jetzt besser oder was sagst du cedric zum dachvorsprung genau weil vorher war noch oben halbe drüber die man jetzt weg dann am rand ich glaube so wird es besser mit den verkehrten stufen ohne dass noch was drauf ist genau da ich ein bisschen gesammelt das hat fast gerade gestern noch eingerichtet weil sie schon die ersten stämme gelagert und hier kommt es natürlich dann auch noch auf der rückseite kann man denn schon reinlunzen ja drinnen hat er nur hat es so einen rustikalen fußboden gemacht weil sie denn nur wahrscheinlich noch im schlafbereich quasi mit der neue trampelpfad ist hat zeron jetzt eigentlich urlaub nö nö nicht direkt ich meine er hatte vielleicht er hatte glaube ich langes wochenende hast du noch stufen delphino jede menge 57 ok ich habe ich kann da einiges noch geben ja ich habe hier und ich habe noch ein paar halbe ok dann gehe ich mal von hinten aufs dach ja gut unten ist ein bisschen rustikale das wollte aber so und oben wäre dann quasi der wohnbereich wenn man so will der schlaf der typ dann der typ aber wer immer dann ein zieht hier kann man so machen natürlich kann natürlich auch eine frau sein eine holzfellerin ist man nicht genau ist dafür jeder machen was er will richtig am ende ziehen kind ein auch schon wieder abgestürzt sie macht das gleiche wie ich sie fliegt immer runter daher heute ist nicht mein tag es ist ja auch kalt ist immer sehr rutschig genau genau und das ist die ausrede richtig wir brauchen auf jeden fall ein bett für die einrichtung ein bettenofen ich gehe mal zum lager das ist ordentlich in der werkbank werkbank ist ja unten eine da ist auch holz glaube ich noch drinnen heißt man kann auch werkbank machen so irgendwo noch ein bisschen kohle 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 koh Krippenspiel. Kommt da eigentlich noch so eine Krippe hin aus? Eichenholz oder wie? Nee, da ist doch der Lore als Krippe. Genau. Babybett. Okay. Hab gedacht, da kommt noch ein bisschen Stroh rein und so. Stroh hier ist etwas schwierig. Stroh gibt es ja schon. Ja, aber das ist die rustikale Variante. Stimmt. Schlimm genug, dass Tiere in der Kirche stehen. Na gut, das ist die Mojang-Kirche. Ja, nein, es geht jetzt nicht darum, dass das eine Kirche wäre, aber es sind halt Tiere in einem Gebäude. Die machen da halt auch hin und dann fängt das an zu stinken. Das war mir leider so. Ich glaube, die Bauern jeden Tag ausmisten. Genau. Als würde das irgendwer tun. Ach, irgendwer macht das sicher schon. Ja. Bestimmt. Vielleicht. Irgendwer würde das direkt wegmachen. So. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Okay, man macht den Sheet schon weg. Den Sheet? Den Sheet. Den, okay. So. Es wird schon wieder dunkel. Gibt es denn sowas? Nein. Noch nicht. Noch steht die Sonne am Himmel. Ja, noch. Aber sie neigt sich gerade wieder dem Horizont. Das ist ja schon wieder am Abhauen. Mhm. Schlimm, schlimm mit der Sonne, was? So. Kann ich Eisen eigentlich auch mit der Holzspitzsacke abbauen? Nein. Was hat denn noch Kohle gefunden, Delfino? Nein. Nicht wirklich. Wir haben alles begutachtet, oder war nix? Das gibt's ja nicht. Wie viel haben wir gesammelt? Fünf Stacks? Ich weiß nur, wo sind die hingekommen. Was denn? Können wir auch noch einen einsparen. Kohle. Kohle. Vielleicht in einer anderen Kiste? Genauso wie hier. Ich schau mal. Geht das eigentlich jetzt? Ne. Boah, alles weg. Alles muss weg. Alles ist weg. Creeper, creeper, creeper. Ich stelle hier mal ein paar Fackeln in. Zack, zack, zack. Dann zwei Kisten. Zack, zack. Der Sicherheitshaber. Ja, sicherheitshalber. Äh, ne, aus der Erde kann man keine Halbstufen machen. Nee. Nee, ist, äh, wäre interessant fürs Terraformen, aber leider nein. Ja, ne, das wäre wirklich interessant. Ja, dafür müsste man halt dann auch auf Halbstufen irgendwas platzieren können. Das geht auch nicht. Ja, das ist ja auch mal so eine Sache mit den Halbstufen. Und mich. Ja, ja. Genau, und da ist jetzt hier. Da darf man kein Blatt drüber machen. Da passiert nämlich das, was jetzt passiert. Und jetzt gleich wieder. Dunkel. Genau. Dunkel, dunkel. Das wäre ein bisschen beschuldig. Das schenkt der Pino. Ja, es kommt noch ein Tisch rauf und was zum Sitzen. Hm. Das Problem ist gerade, dass ich genau neben dem Glöckenspiel geschlafen bin. Und das ist sehr laut, darum rede ich auch etwas lauter. Achso. Nein. Wo ist das also? Jammerlappen. Zack, zack. Ja, wirklich. Genau. Ah, was geht denn hier vor sich? Hilfe! Was ist denn? Was ist passiert? Und Monsters? Ich habe den Enderman angeguckt. Das ist keine gute Idee. Nee, das ist aber keine gute Idee. Ich habe bloß ein Holzschwert und der ist irgendwie aggrofisch. Wir müssen mal was anderes nehmen. Genau, wir holen uns jetzt noch. Wir holen uns jetzt noch einen roten Glasglock und dann machen wir das noch hübscher. Der flippt da unten völlig ab. Ja, ich habe zuerst da Karze genommen, aber das geht nicht. In der Wand braucht man was anderes. In der Wand? Wieso? Wenn ich da jetzt eine Stufe an die Wand setze, dann merkt man nicht wirklich, dass das eine Sitzgelegenheit ist, weil das einfach nur so ausschaut, wie wenn da irgendwie... Dann haben wir es, äh, Schwarz-Fichte. Äh, Schwarz-Eiche. Genau, Schwarz-Eiche oder wir passen es an einem Spät- und Kisten-Design. Ja stimmt, wir können es ans Dach anpassen, ja. Äh, bin ich in uns eingeschlagen. Also Schwarz-Eiche oder Fichte. Fichte, da haben wir sogar Treppen, da brauchen wir nichts suchen. Und da haben wir auch Zäune, da brauchen wir auch nichts suchen, ist alles da. Äh, Schwarz-Eiche haben wir ja Fusskönsiste, dann passt das besser. Ja. Na genau, dann nehmen wir... Mit, äh, Fichte. Einmal hier, dann machen wir was so, dass wir... Da haben wir das Dach hier gemacht. Kann man da sitzen, ohne sich den Kopf anzuhauen? Mhm. Jo. Ja. Man ist zwei groß, also von daher... Ja. Passt schon. Gut, das ist jetzt... Ich guck mir das mal an hier. Von der Seite. So. Dann machen wir hier noch... Ja, das schaut doch schon gut aus. Da können die zu zweit sitzen. Ja. Ich weiß ja nicht, wer einzieht. Oh. Großes Bett. Zwei Sessel und zwei Tische und irgendwo jetzt noch einen Ofen. Und fertig. Ja. Habt ihr die Magna-Blöcke freigegraben? Nein. Die hab ich freigegraben, ja. Okay. Weil ich da drüber gelaufen bin und einen Schaden gekriegt hab. Weil das sollte als Monsterfalle gelten, glaube ich. Gott, deswegen erschreckt mich doch nicht so, du hässliche Kleider. Blaue, lila... Du hast mich jetzt erschreckt. Boah. Alter, macht er mich fertig. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Na, nein, jetzt bin ich tot. Du musst alles raus schneiden, Selig. Ja, hast wieder vier Schneiderhaube. Das ist mir so egal. Ha, 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 ha. habe ich mir acht steine gehört das reicht für ein kleines öfchen damit die halt oben quasi im schlafbereich ein bisschen heizen können guten tag wie schaut es aus gleich fertig ich meine das dach nun muss ich hätte die Ecke rein ich meine von mir ach so Röpfer hat er muss der Kuppe ein der Karte deswegen gelöst in eine Richtung und die Sekunden hat er sieht super aus wie sie eine Hexenhut die hieft die ein Hexenhut er ex-nütchen nur so ist es ja schön es muss ich noch mal dort hoch ich bin sehr überlegt sie an die Sorge angegangen so sehr gut und das war nicht so das ist eine gute Idee gesagt und klar ist er Ahron es sei nicht mehr zu sehen die arbeitsfläche eine kiste so das bett kann man jetzt hier können wir jetzt noch ein bisschen ausleuchten auf jeden fall das kann man da lassen so was kann man genau und auch die sati die ganzen monster trops muss er nicht unbedingt da drinnen und die blümchen ist hier wieder verbunden ja ich kann mir draußen noch hin pflanzen richtig genau genau jetzt ist noch holz das hühnchen ist noch dran na gut er brauchte was zum essen richtig das ist hier wir dürfen jetzt nicht verbauen also nicht falsch bauen das hühnchen könnte man auch oben in den ofen reinlegen kurze frage auch wenn wir gerade in der aufnahme sind ich bin doch gerade auf dem wenzland server hast du in nordwähne noch ein paar wenzland banner in der kiste unten in der höhle hast du die stehen gelassen ja gut das war's schon alles gut ich hab ihn ganz noch nicht das machen können was ja du weißt ja ich weiß ja ja ich hab das auch noch nicht also okay alles gut okay gut super 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 so zack mein herz bomb hatte im mannhoch bumba bumba lalala 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 so ungefähr was heißt es schlägt ganz furchtbar doll ich habe heute Montag habe eine frage an euch ein kleines rätsel ist aber leicht auf welchem platz ist man wenn man den zweiten platz überholt auf dem ersten falsch auf dem zweiten weil du bist ein dritter und überholt den zweiten also bist du zweiter stimmt wenn du den zweiten überholt bist du selber zweiter jetzt habe ich nämlich selber auf aber machte nichts draus da gesagt ich habe auch eins gesagt das war halt so so klassisch zweiter muss ja der erste sein halt immer drauf an wenn du beim rennen das hast dann bist du zweiter aber wenn du irgendwie nur platz 1 2 3 hast und du überholst den zweiten bist du erster ich habe ich glaube ja ich glaube ich habe schon am sonntag vormittag mehr geschlafen als sonntagnacht das ist alles dabei ist ist alles dabei einmal delfino das ist korrekt das ist auch korrekt das ist auch korrekt ich bin dabei das ist auch korrekt denn da habe ich nicht ich habe noch ein bisschen ich habe leider nicht wahrscheinlich der fiener habe ich schon der fiener und sordern dark side cedric ich und den wichtigsten vergessen er und der wichtigste ist ja zuletzt ja das war es doch dann schon der ist schon nicht da sonnenschein hatte heute mit ihm gesprochen ich weiß nicht ob er ihm bescheid gesagt hat also ein schein war ja vor uns mal kurz da okay ist aber dann wieder gegangen also das licht sieht man auf jeden fall guck mal auf eurer seite auch noch das nicht sieht also den clausten der ist oben drin im kürschturm ich schaue gerade von drüben rüber ein bisserl hell ist dann bis zur nächsten folge schau schau wiedersehen